In Templin, im Ortsteil Hindenburg, gibt es einen Antik- und Trödelladen, der für Freunde solcher Dinge wirklich interessant und eine Reise wert ist. Aber schaut doch einmal selbst, was es hier so alles gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und der Chef persönlich jetzt. Wer sonst? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.